Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallgeist, heute wieder mit der Antonia. Ich bin immer noch eine Ente. Du bist immer noch eine... Richtig. Es ist so, dass wir jetzt Fallgeist spielen. Ein Spiel, was ich jetzt tatsächlich schon öfters gespielt habe. So ein paar Mal. Vielleicht sage ich immer dazu, an welchem Datum wir das aufnehmen. Heute ist der 9. Oktober um 21.14 Uhr. Weil die meisten Sachen sind ja immer voll alt. Ich will mal wissen, wann das so war. Wobei ich sehe es ja in den Datei-Files, an dem Namen. Warum sage ich es dann eigentlich? Ach, halt doch die Klappe. Okay, ich habe Hexaton, Überlebenstrupps und Solo ausgewählt. Und das scheint jetzt Überlebenstrupps zu sein. Ja, muss ja. Habe ich auch noch nie gewonnen. Ja. Aber ich glaube, es ist ja die Challenge wegen dem Piraten, dass man Truppshow gewinnen muss. Ich weiß nicht, ob das hier dazu zählt. Aber ich will hier auf jeden Fall auch mal einen Win machen. Ich glaube nämlich, der gibt zwei Kronen im Modus. Oder war es doch Hexaton? Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, sollte das nicht auch dazu zählen. Naja, weil es ja kein Truppmodus ist. Da stand der Truppmodus, noch nicht Überlebens-Truppmodus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe wieder den Ulti-Skin. Und gerade ist es recht flüssig alles hier. Das ist schön. Das ist schön. So lässt sich leben. Hupt hier. Hm? Da hupt jemand. Ja. Das freut mich sehr. Ich spiele Saxophon. Das war dumm. Ich bin raus. Das war richtig schlecht. Oh, scheiße. Okay, die zwei müssen rollen. Die zwei müssen rollen. In dem bleiben, kein Problem. Aber noch 40 Sekunden, ey. Das wird ja ultra schnell. Das ist jetzt schon ziemlich schnell, ne? Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Einer hat überlebt, der andere hat es. Okay, habe untergekommen. Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Das ist auch komisch, dass das kein Finale jetzt ist. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, wann das jetzt endet. Also... Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Da wird doch hoffentlich irgendwann Finale dann stehen, wenn es endet, oder? Ja. Müssen da bestimmte Leute ausscheiden? Nee. Zeitlimge, oder was? Oder einfach, bis halt alle draußen sind und dann die, die halt am spätesten rausfliegen, haben halt die meisten Punkte oder so vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die das jetzt hier messen wollen. Also, wer hier gewinnt und warum und wann. Keine Ahnung. Wir überleben einfach. So, der Plan. Jeden Tag nur überleben. Hey, hat er mich gerade von unten festgehalten? Man kann einen oben festhalten? Also, ich meine, er stand unter mir eine Etage. Da habe ich oben festgehalten. Warum soll das nicht gehen? Die Arme sind oben. Das ist kein Sinn mehr. Sind die Arme oben, dann bist du ein Nazi. Dann wird man dich knoben. Nee, dann wird man dich erschießen. Oh ja, der will Beef. Ich habe mein Teammate fast gekillt. Und da ist der Nächste. Antonia! Ey, bist du wahnsinnig. Ich glaube, du hast einen Schaden, oder? Der andere Teammate denkt sich gerade auch, was machst du da? Das ist dein Teammate. Das ist mir doch egal. Das ist eine Ente. Enten mag ich nicht. Enten mag ich nicht. Okay. Schau mir zu. Kann man den schaffen? Katzen, aber Enten mag ich. Okay, aber wir sind gut dabei. So ein Team ist doch gut. Oh, du siehst du raus. Sieg? Da stand Sieg? Ja, das war ja kein Finale. Ja, die, die am längsten überleben, kriegen halt am meisten Punkte. Okay, zwei Trupps. Okay, okay. Wird das der erste Überlebens-Trupp-Sieg? Ey, krass, wie das heute läuft. Leute, wir haben die letzten Folgen auch schon heute aufgenommen. Das lief bisher echt gut. Immer Finale. Boah, es kommen richtig geiles Spiele jetzt gerade. Das ist richtig geil. Das ist Vollgeist, meine Freunde. Oh, ich dachte schon, einen verlassen, dachte ich schon. Nee, nee, sind wir. Die sind nur komisch gespawnt irgendwie. Ja, die gehören jetzt zu uns. Der Amogos und der Weiße da. Mit der Brille. Okay. Nice. Das Spiel kann ich. Normalerweise. Ich hübe mal diesen Hopp mit der Stange. Nee, lass lieber. Das ist ein guter Zeitpunkt. Im Finale. Bam. Bam. Nee. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wir müssen jetzt hier chillen. Oh. Okay, das ist noch nicht so schnell. Okay. Man unterschätzt das immer, wie schnell das ist. Wenn wir ein Pech haben, fällt das hier runter. Wir müssen links, ne? Also, weiß man immer nie. Das ist das Problem. Ich bin am Amogos festgehalten. Aber jetzt hat die nicht rausgehauen, leider. Noch keiner. Nee, einer von denen ist ja raus. Ja. Jetzt scheint so, als wäre das hier richtig. Tipp, wenn es dann heikel, wenn wir dich festhalten, immer springen. Dann kann man dich schwerer festhalten. Aber noch ist es kein Problem. Noch ist niemand aggro. Nein, nein. Das war bei mir auch close. Der Sprung. Hab ich mich ziehen lassen. Okay. Nimmst du zu? Das ist immer gut. Da hast du gleich den besten Spieler der Welt. Ich bin schon der beste Spieler der Welt, oder? Vollgeist. Du bist schon der beste Spieler. 3 gegen 2, Antonia. 3 gegen 2. Ne, 3 gegen 1. Nicht 2 gegen 2. Nur noch das Krokodil. Leute, kill das Krokodil. Dann haben wir es geschafft. Einer muss sich nur opfern mit dem Krokodil. Und dann sind wir durch. Du musst es sein. Ja, okay. Ich griff jetzt das Krokodil. Ja, ja, ja. Oh, einer von uns ist raus. Shit. Nochmal. Shit, shit, shit. Ja. Gut. Eierkopf. Ja, halt ihn fest. Oh, nein. 1 gegen 1. Ich bin jetzt verantwortlich für den ganzen Trupp. Ich kann das nicht. Gott, oh Gott. Scheiße. Nein. Nein, Albtraum. Mann, ihr wart doch zu dritt. Wir waren zu dritt. Ich muss jetzt alleine den ganzen Trupp carryen. Ach, ja. Ach, du Scheiße. Ich halte ihn nicht fest. Ich spiele auf safe. Der ist doch dumm, das Krokodil. Ich spiele auch auf safe. Was ist safe? Wir warten auf einen Timer. Nee, 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 nee. Timer, timer. Nee, nee, ich schlag den. Ich schlag den. Ich schlag den in die Fresse, den scheiß Krokodil. Scheiß mal drauf. Scheiß auf Tierschutz. Ich bring dieses Krokodil so um, Alter. Ich mach da so schön Leder, so schön. Mein Sofa. Mit Alligatorenleder. Komm. Ich will Alligatorenleder. Alligatorenleder. Ich will Alligato essen. Den Rapper. Den Rapper. Komm, komm, komm. Mann. Kann ich den kochen und essen? Der Lektro, der Lektro, was lenkt? Es lenkt hier voll. Ich kann nicht mehr. Warte mal. Nein, nein, nein. Ich verhäste. Oh, Mann. Digga, wir waren zu dritt. Come on. Du hast den ganzen Trupp enttäuscht. Come on, Digga, wir haben uns so durchgekämpft. Als ob der sich gegen drei Leute von uns durchsetzen konnte. Retter 115. Ja, das war wirklich ein Retter. Irre. Krass. Na gut. Das war's für meine Folge. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.